Jammo Leute, euer Zero hier und hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout Shelter, heute am Freitag, den letzten Tag der Woche, wo es Fallout Shelter gibt, am Montag wird es natürlich erst wieder geben und, oh, da ist jemand tot. Charles Bischoff ist tot? Der hat aber jetzt einen anderen Namen, oder? Ich glaube schon. Wer ist denn der Tote hier? Ach, Yasin. Okay, gut. Aber wieso hat er jetzt den Originalnamen da noch gehabt? Es ist ein bisschen seltsam. Ne, gut. Wen haben wir da? Ach, der Kleine ist zurück. Mit seinen Utensilien. Das erklären wir gleich. Auf jeden Fall kriegen wir erstmal einen Mr. Handy. Hallo? Denen wird es nicht zum Roleplay geben, weil das wäre ein bisschen zu viel Cheaterei. Hallo? Spiel? Natürlich ist mir das Spiel abgekackt. Wieso nicht? Kann ja mal passieren. Es ist gar kein Problem, Fallout Shelter. Ich musste nur in einer Stunde zur Arbeit. Ist nicht so, als wenn ich irgendwas fertig machen möchte. Mann! Ah! Auf jeden Fall, Mr. Handy wird es nicht ein Roleplay geben. Der wird einfach nur für die Vault da sein, weil das wäre zu viel Geld für eine Partei. Das wäre nicht gut. So, über die scheiße Lunchbox. Dankeschön. Ein Mr. Handy. Ja, cool. Oh, ich dachte, das kackt schon wieder ab. Okay, Yasin. Kommt zurück. War alles dein Spaß. Jetzt musst du zu deinem Sohn halten, der übrigens eine neue Nummer bekommt. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Was bist du denn? Achso, Andrew Deadline. Ich wollte gerade sagen. Du bist denn über sieben. Wir haben Kommentare bekommen, die uns neue Namen geben. Kommentare. Da haben wir zum einen die Nummer vier, und zwar der Mike The Boner. Der Böner. Okay, Mike The Boner. Herzlich willkommen bei uns im Team. So, Mr. Handy. Das einzige Problem, was ich jetzt sehe, ist, dass unsere Konstellation von der Vault überhaupt nicht zu einem Mr. Handy passt. Quasi müssen diese drei Räume eigentlich nebeneinander sein, damit Mr. Handy sie alle einsammeln kann. Aber vielleicht kriegen wir mehrere Mr. Handys mal gucken. Ansonsten müssen wir halt die Vault wieder umplanen. Ja, auf jeden Fall. Das sieht unsere Vault jetzt so aus. Sie sieht noch irgendwie ein wenig durcheinander aus, weil die Lücken nicht gefüllt sind. Aber das passt schon. So, Isana. Wie sieht's hier eigentlich aus? Ich würde sagen, du kriegst erstmal den Schlafanzug. Und du kriegst den gepanzerten Anzug. So viel dazu. Was heißt das? So soll ein Radiostudio aussehen. Jedes Mal, wenn ich irgendwie nach einem Radiostudio google, dann sieht das nicht so aus. Wieso haben die alle kein Negligee an? Ich weiß es nicht. Ich meine, so macht das doch viel mehr Spaß, Radiostudio zu gucken. So. Lord Huntington. Weißt du was? Geh mal raus. Du hast volles Leben. Und du bist die Nummer 6. Weiß nicht. Was kannst du eigentlich? Die Nummer 6. Stärke. Gut, dann kann ich auch schon mal raus. Dann geht der Stärkeverzieher rein. Dann haben wir eigentlich auf der anderen Seite. Was zum... Nein. Oh, ich hasse das, wenn das passiert. Das ist der Horror. Jedes Mal, wenn der Bildschirm sich auch nur Millimeter bewegt und du gerade auf einem Charakter drauf bist, dann wechselt er sofort das Gebäude. So nervig. So, wir müssen erstmal noch Leute loswerden. Ah. Dann gehen wir da hin. Dann sind wir hier erstmal voll. Wobei... Reaper... Pasco Lina... Und die Nummer 2. Pasco wollte mal raus. Wir nehmen jetzt einfach mal die Gelegenheit wahr. Und schicken dich raus. Und ja, ich habe gemerkt, dass nicht jeder momentan eine Waffe hat, aber ich denke, momentan kommt das eigentlich... Ist das eigentlich komplett in Ordnung. Wir schicken ja ab und zu welche raus und dann sehen wir, ob die keine Waffen haben. Also, so ist mir das nicht ersichtlich, weißt du. Ich möchte jetzt nicht jeden einmal durchklicken, um zu gucken, ob er eine Waffe hat. So, irgendwie... Keine Ahnung. Ein bisschen old. Wie sieht das eigentlich bei unseren Dingern aus? Verkaufe 6 Schrotteile. Äh, okay. Alles verkaufen. Alles verkaufen. 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 Sehr schön. Tada. Wir haben Zeug. Schließe 5 Quests aus dem Aufseherbüro. Oh. Dies ist eine harte Nummer. Sammle 300... Äh, 130 Darungen unter einer Minute. Haha, Katze knicken. Erreiche eine höhere Stufe mit 5 Bewohnern. Das ist... Das ist doch schon eher was für mich. So. Weiter zum... zur Vault. Wir müssen uns demnächst darum kümmern, dass hier alles läuft. Äh... Wir haben keine Klamotten mehr für euch. Hier habt ihr wahrscheinlich alle anderen irgendwie draußen. Sieht aber auch hier voll aus. Shop Harvey. Bugsy ist hier drin. Mike ist hier drin. Die 6 ist hier drin. Fallout Girl ist hier drin. Gut. Also momentan Stand der Dinge ist, dass Bugsy hier aus dem Gebäude raus muss. Leute. Was soll denn das schon wieder? So haben wir eigentlich keinen starken Charakter als weiblich bekommen. Wir haben mit einer Vault angefangen, wo wir 80% Frauenteile hatten. Und jetzt kriegen wir nicht einen legendären oder keinen starken von denen legendäres. Ja, gehen wir erstmal weiter. Als nächstes haben wir noch einen Mike. Da war ich ein bisschen verwirrt. Da dachte ich, das ist der gleiche Mike. Aber war es offensichtlich nicht. Er möchte die 3 haben und möchte den als männlich haben. Hast du auch einen Namen angegeben? Nö. Dann einfach nur Mike. Habt ihr das Wortspiel erkannt? Oh. Pascolera. Eine Minute draußen. Nicht mal eine Minute. Du kriegst direkt die Laserpistole in die Hand gesetzt. Coole Sache. Okay. Die machen wir jetzt weiter. Wen haben wir hier? Wladimir. Repax. Wir schicken mal Repax rein. Und ich bin voll überladen. Okay. Ah, ich musste die Waffe eigentlich behalten. Weil jetzt habe ich denn hier ein Zeug drin. Hier. Weg mit dir. Zack. Wir haben noch eine rostige Laserpistole. Die bekommt... Ja, komm hier. Die 1 in die Hand. Dann gucken wir mal. Deine Waffe an 5 bis 7. Das ist eigentlich gar nicht mal so schlecht. Oder wir bauen unser Lager aus. Aber wir haben echt nicht viel Strom, ne? Das ist eine bittere Pille. Die wir erstmal schlucken müssen. Also vom Prinzip her, würde ich sagen, wir brauchen eigentlich den Trainingsraum. Der Trainingsraum. Nützt ja alles nichts, ne? Ja. Nützt ja alles nichts, ne? Mit dem Strom kommen wir noch hin. Dann würde ich sagen... Diejenigen, die nicht im Roleplay mitspielen, die kriegen das natürlich gratis. So, das heißt... Das heißt... Fallout Girl. Do your thing. Wir pushen dich auf dein Maximum. Damit du ein bisschen was reißen kannst hier. So, dann müssen wir halt in dieser Konstellation irgendwie überleben. Deswegen schicken wir erstmal Deadline rein. Hast du nur Scheiße dabei? Brauchen wir Handwerker-Overall? Overall? Ich weiß es gar nicht. Ah, du brauchst auch noch eine Waffe in die Hand, ne? Ja, komm. Okay, das brauchen wir. Dann müssen wir erstmal Schrott loswerden. Wir haben momentan noch gar keinen Platz für Schrott. Habe ich den Kleber eigentlich verkauft? Ah, ich habe den Klaus Kleber verkauft, cool. Wir brauchen... Wir müssen auf jeden Fall einen Kleber behalten. Ein super Kleber. Was habe ich denn mit dem gemacht? Naja. Passt schon. Noch ist der ja nicht wichtig. Okay, dann... Deadline. Nein, kommen sie mal rein. Nein, ich habe das... Overall verkauft. Ay, je, 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 je. Komm mal her, du musst mal kurz, kurz ersetzen. Du musst dich eher holen. Oh, ist das bitter. So, wen haben wir noch? Vladimir. Ähm. Repax, du kannst noch ein. Was haben wir hier? Ah, gut. Dann wirst du die Leute hier unten erstmal unterstützen. Also unsere Vault wird langsam so groß, dass sie unübersichtlich wird. Und ab diesem Zeitpunkt finde ich das immer ein bisschen stressig. Keine Ahnung warum. Unübersichtlichkeit ist für mich Stress pur. Monkey Sass. So. Oh, du hast auch große A-Werte, ne? Reaper. Zwei. Die Fünf. Ja gut, das ist in Ordnung. Ja, dann, äh, würde ich sagen, erhol dich erstmal. Und ich würde sagen, ab sofort kann man auch eine Trainingseinheit buchen. Ich würde sagen, ähm, eine Trainingseinheit kostet 300 Kronkorken. Was sagt ihr dazu? 300? Hört sich das gut an? Ich glaube schon. 300 Kronkorken. Man muss dazu sagen, es ist ja auch begrenzt. Das heißt, ihr müsst euch anstellen. Und das ist wirklich eine lange Zeit. Natürlich könnt ihr, habt ihr die Möglichkeit natürlich nur Coca-Cola zu kaufen, um euer Training zu beschleunigen. Weil es kann durchaus damit enden, dass ihr zum Training geht und ab Stufe 9 müsst ihr, glaube ich, irgendwie, keine Ahnung, 24 Stunden da dranbleiben. Äh, dann werdet ihr von der Woche wahrscheinlich nicht viel haben. Und da bringt natürlich Kronkorken was. Oder wenn ihr, wenn ihr hier Waffen baut, das dauert ja auch ewig und drei Tage. Deswegen gibt es diese Möglichkeit mit den, äh, Nuka-Colas, die ich eingeführt habe. Was bist du? Achso. Komische Farbe hattest du. Na gut, Wladimir. Komm auch rein. Erhol dich. Plus ein Stärke. Na ja, gut. Kimm mal da hin. Erhol dich mal. Wenn die ordentliche Klamotten haben, dann passt das schon. Na gut, äh, Fallout Girl, du wirst jetzt hier ein bisschen Zeit verbringen. Immer wenn frei ist, immer wenn dieser Trainingsplatz frei ist für dich, kannst du da reingehen. Halt, da passen, da passen doch zwei Stück rein, ne? Da passen zwei rein. Ich, ich, ich muss mal kurz testen. Am besten hier mit dir. Mit dir. Da passen zwei Stück rein, alles klar. Dann gehen wir zurück. Das heißt, du kannst tatsächlich da bleiben, solange keine zwei Leute gleichzeitig trainieren, kannst du da drin bleiben. Ist ja auch nicht gerade billig. Und Stärke bringt, glaube ich, auch nicht viel, oder? Was bringt Stärke? Fallout, Shelter, Stärke. Äh, Stärke, ja. Äh, 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 Stärke. Beschleunigt die Produktion in Generator- und Atomreaktorgebäuden. Erhöht die maximale Tragekapazität von Bewohnern. Erhöht die Chance auf geöffnete Spinde und Schließfächer im Ödland. Beschleunigt die Produktion von Outfits und Waffen mit S markiert. Was bringt das? Das? Ja, Ausdauer ist schon eigentlich cool. Maximale Lebenspunkte erreichen nach einem Level ab einen höheren Wert. Das heißt im Prinzip, wenn ihr euch ab einem gewissen Punkt mit jemandem paart und das Kind quasi übernehmt, um euren aktuellen Charakter freizulassen, dann könntet ihr mit diesem direkt ins Ausdauertraining gehen und somit eure maximalen Lebenspunkte steigern. Alter Schwede. Huch! Lord Huntington! Was haben wir denn hier für dich? Wer ist denn hier der Glückliche hier heute? Wir haben ein Glückskind bekommen. Aber er hat leider keine Stimms. Eliminiere die Raider. Gut, das könnte wie Bugsie enden. Ich bin gespannt. Ah, das dürfte wie Bugsie enden. Oh! Oh! Hoffnung! Hoffnung! Ich sehe Hoffnung in seinen grauen Haaren. Er ist natürlich alt mit seinen grauen Haaren und hat Weisheit erlangt. Deswegen kann er sie einfach direkt headshotten. Könnte auch daran liegen, dass sie einen Meter vor ihm stehen. Aber im Prinzip könnte er sogar Glück haben und hier könnte sich ein Stim befinden. Weil da unten wird höchstwahrscheinlich ein Boss sein oder irgendwas. Und wenn wir schon mal hier eine Demonstration haben. Leute, wenn ihr euch Stims kauft, sagt natürlich euren Verwendungszweck beziehungsweise wie viele Stims ihr mitnehmen möchtet, wenn ihr das nächste Mal rausgeht. Weil das könnte so sonst enden, dass ihr quasi was gefunden habt, aber nicht viel damit anfangen könnt, weil ihr wahrscheinlich sterbt. und Alter, das sind 600 Kronkorken. Ich möchte heute so gerne Abend irgendwas machen. Wenn du irgendwas heute Abend machen möchtest, Lotan Dinken, solltest du den nächsten Raum überleben. Oh Gott, das sind zwei Räume. Du tust mir leid. Aber es sind nur drei. Hier waren ja fünf. Noch hast du die Möglichkeit. Oder kriegst du vielleicht ein Level-Up? Ey, vom Level-Up bist du weit entfernt. Oh, Junge, Junge, Junge. Ah! Schieß schneller. Komm schon, schieß doch! Bring der Vault etwas Gutes heim. Irgendwas, was du nicht gebrauchen kannst. Wie einen Bauplan zum Beispiel. Und jetzt glaube ich, dass ich diesen Bauplan vergüte. Sowas tue ich nicht. Na komm schon! Oh, den weg! Oh, der Kritische wird uns gleich helfen. Wir haben leider festgestellt, dass beim letzten Mal der Kritische nicht heilt. Oh! Aber er hat ein Stim gefunden. 800 Kronkorken. Ich dreh durch. Huch! Wie bitte? Du willst meine Zuckerbomben stehlen? Äh, Zuckerbomben jetzt mit einer empfohlenen Tagesmenge von 100% tot! Hat deine Mama dir nicht beigebracht, dass man anderen was abgeben soll? Zuckerbomben? Die Dinger bringen einen um. Aber ich schaff das schneller. Nee, von den Dingern werde ich immer nervös. Ich bin nur hier, um dich zu töten. Also im Endeffekt, alles geht irgendwie darauf hinaus, dass man anfängt loszuballern, ne? Hm. Ich glaube, wir machen den coolen Spruch hier. Ah, Zuckerbomben. Jetzt mit einer empfohlenen Tagesmenge von 100% tot! Okay. Kämpft ihr jetzt? Das klingt doch mal nach einem ausgewogenen Frühstück. Ich werde dich sofort heilen, wenn es gleich in den Kampf geht. Ja. Ich würde gerne jemand anderen anvisieren. Oh, scheiß drauf. Ja, das war der Boss. Oh. Das war der Richtige. Den wollte ich. Ja. Glückwunsch. Zu meinem Sieg für dich. Hast du natürlich nur mir zu verdanken, weil ich dir diesen Stimme natürlich geschenkt habe. Vielleicht kackt er doch noch ab. Wenn die ihn jetzt tötet, dann lache ich. Komm schon, tu es. Mach ihn kaputt. Gut, ich möchte gerne lachen. Einfach nur mal eine Runde lachen. Nein, ich glaube, das wird nichts mehr. Ja, gut. Laut Hand, herzlichen Glückwunsch. Allerdings wirst du jetzt in der Volt im Ödland nicht weit kommen. Das heißt, ich schicke dich direkt zurück. Der Kampf ums Essen. Alter. Nicht dein Ernst. 850 Kronkorken. Junge. Und drei Nuka-Cola. Und einen Tischventilator. Glückwunsch. Vier Nuka-Cola. Jetzt Glückwunsch zum Tischventilator. Scheiße, Mann. Dieses Glückskind. Ich dreh durch. Ah. Okay, die seltene Ausrüstung hast du so gefunden. Halt, Moment. 25 Kronkorken, zwei Kronkorken. Das sind 27. Aber ich dachte, genau das hast du gefunden. Wir gucken das, oder ich gucke mir das gleich in der Wiederholung nochmal an. Und natürlich ein Radaway. Und dafür war er gerade mal 8 Minuten unterwegs. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Wir haben bald die 2000 Nahrung gesammelt. Halleluja. Lasse 10 Männer und Frauen in... Nö. Nö, das mache ich nicht. Könnt ihr vergessen. Gut, Freunde. So sieht es wohl dann aus in unserer Volt. Und Lothan Lincoln hat am Ende der Woche nochmal richtig Glück gehabt. Und richtig abgesahnt. Und wir werden jetzt uns ins Wochenende begeben. Das heißt, ich werde den Markt so weit fertig machen, dass er heute eventuell schon verfügbar ist. Das heißt, keine Ahnung, schaut gegen 18, 19 Uhr, 20 Uhr so um den Dreh rein. Auf dem Marktplatz. Beziehungsweise auf dem Shop. In Discord. Und wenn ich in den Shop etwas reingeschrieben habe, dann ist es auch aktuell ge... Äh, ist es auch aktuell. Das heißt, wir werden neue Stimpacks haben. Wir werden neue, äh, Nuka-Cola-Flaschen haben. Wobei, davon haben wir eh noch welche, glaube ich. Ja, Radaway hatten wir keine, ne? No, Radaway wird das erste Mal dabei sein. Nur diesen schönen Mr. Handy bekommt ihr nicht. Aber wer gerne den Namen von Mr. Handy tragen, äh, haben möchte, der kann es einfach in die Kommentare schreiben. Und, Moment. Apropos Kommentare, ich glaube, ich habe einiges vergessen. Ich wollte eigentlich Namen benennen, ne? Oh, ne, passt, 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 passt. Passt. Ich glaube, wir haben alles, soweit, alle, die eine Nummer genannt haben, mitgenommen. Ja gut. Ich gucke nochmal kurz nach den Stimpacks, wie viele wir haben. Wir haben 15 Stück. Wir können maximal 15 nur tragen. Deswegen wird das nicht mehr. Oh. Oh. Das ist eine bittere Pille, Leute. Das ist eine bittere Pille, weil ihr müsst bedenken, dass die Leute, die, ähm, Stimpacks in ihrem Inventar behalten, auch dazu zählen. Also alle auf Discord, die ein Stim haben, die müssen sich jetzt schuldig fühlen, dass sie, äh, einige von diesen 15 maximalen für sich behalten. Das heißt, äh, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, müssten wir im Marktplatz um die 10 ein Angebot haben. Leute, ihr solltet eure Stimpacks nutzen, wenn ihr sie kauft. Na gut. Ich würde sagen, wir sehen uns am Montag wieder zu einer frischen neuen Folge. Und dann gucken wir mal, wie sich der Marktplatz entwickelt hat. Out rein. Euer Sero. Tschüss.